Wir sitzen in Mannheim beim Maimark-Turnier und hatten den Grand Prix schon hier bei uns auf dem Viereck. Und ich habe neben mir Doro Schneider sitzen. Doro ist mit ihrem Dayman hier Zweite geworden mit über 73 Prozent. Erst nochmal Glückwunsch natürlich, nachträglich. Und was ich total spannend finde, wir gucken uns den Ritt jetzt zusammen an und Doro wird uns selber mal so ein bisschen ihre Gedanken zu dem Ritt erzählen. Okay, dann würde ich sagen, Startschuss für Dayman, Grand Prix in Mannheim. Außenrum, das finde ich übrigens immer sehr spannend, der eine Trab leicht, der nächste Galopp leichter sitzt, der dritte bisschen an PR4. Du wählst jetzt hier den normalen versammelten Galopp. Warum? Ehrlich gesagt, weil ziemlich früh geklingelt wurde. Und ich nicht schaffe, wusste, ob ich die 40 Sekunden schaffe, wobei keine Uhr lief. Aber grundsätzlich mache ich das natürlich sehr individuell vom Pferd abhängig. Da habe ich nochmal einen Übergang geritten, damit ich einfach nochmal kurz die Durchlässigkeit anfrage. Ihn nochmal gelobt, weil er ein bisschen spannig oder einfach um ihn nochmal... Ja, um den Hals so ein bisschen länger zu kriegen und zu entspannen. Okay, und dann dieses da reinreiten. Das ist ja immer schon echt eine knifflige Sache, oder? Sie gerade auf der Linie behalten. Erzähl was dazu. Wobei wir natürlich, da sind wir natürlich extrem bei dem Thema gerade Richtung. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Steckenpferd bei mir, dass ich versuche, wirklich die Hinterbeine unter dem Körper zu haben und das Pferd zwischen beiden Zügeln zu führen, um dann noch dementsprechende Balance von hinten nach vorne bekommen zu können. Wirst du denn mit dem Beginn zufrieden? Ich hatte einen Taktfehler bei der anderen kurzen Seite beim Abwenden, genau. Ich glaube, ich habe nicht genügend die äußere Schulter mit dabei. Das war so meine Interpretation dieses Moments. Hier haben wir gesehen, dass er sich einmal ein bisschen nach oben links stark gemacht hat. Da habe ich versucht, den Hals wieder etwas flacher zu kriegen und danach wieder zu öffnen. Und er hat sich stark gemacht, weil er was gesehen hat, oder? Das sah so aus, als ob er die Augen ein bisschen größer macht. Ja, ich gucke dann mal so ein bisschen über das Vierk hinaus, über den Tellerrand hinaus sozusagen. Aber das ist gar nicht schlimm, weil ich hatte ihn ja direkt wieder in der Kontrolle. Und hier sieht man auch in den Traversalen, da habe ich auch noch einfach ein bisschen das Thema, dass er sich wirklich konstant mit dem Hals ins Gebiss rein dehnt beim Seitwärtsgehen. Daran arbeiten wir derzeit noch, dass ich da eben noch ein bisschen mehr Balance in den Seitengängen entwickeln kann. Die Rückwärtsrichtung fand ich sehr gelungen. Wirklich fünf klare Dritte in einer schönen Anlehnung, fließend von hinten. Also erst schön vorm Bein bleibend und dann wieder vorm Schenkel und vorm Sitz auch antrabend. Trabbverstärkung fand ich gut. Bei ihm ist das nicht sehr spektakulär, aber trotzdem sehr, sehr schön schwingend. Zum Schluss etwas groß geworden vor mir, aber dann direkt wieder in der Passage, schön in der Schwingung und im Rhythmus. Die Piaffe fährt halt sehr viel Talent dafür. Da muss ich im Moment noch aufpassen, dass ich mit meinen Schenkeln nicht zu weit zurückkomme, schön mittig sitzen bleibe, dass er wirklich diese Schwingung auch konstant ausarbeiten kann in der Piaffe. Da hatten wir einmal einen kleinen Schwungverlust in der ersten Piaffe, hat aber dann in seinen flachen Hals und in die positive Anlehnung dann doch wieder sehr gut weitergemacht. Einmal ganz kurz nachhaken. Bei der Piaffe ein bisschen Schwungverlust, da bist du so ein ganz Millimeterchen nach vorne dann mehr angeritten, oder? In der Piaffe. Hast du das ein bisschen zugelassen, um ihm es leichter zu machen? Also ganz, ganz wichtig bei diesem Pferd ist, weil er hat ganz viel Talent dafür, dass die Oberlinie offen ist, dass er ein bisschen flacher wird im Hals und das Genick öffnet und wirklich ans Gebiss ran schwingt. Wenn ich einen Moment an Spannung habe oder einen kleinen Moment, wo ich versuche, so ein bisschen hinter meinem Schenkel oder meinem Sitz zu bleiben, wird er ein bisschen zu hoch. Und dann kann es mal sein, dass die Oberlinie nicht mehr ganz hundertprozentig durchschwingt und dann hatte ich einen kurzen Schwungverlust. Das ist aber wirklich nur ein kleiner Moment. Und wenn ich es schaffe, im Lot sitzen zu bleiben, meinen Schenkel nicht zu weit in die Flanke zu nehmen, sondern wirklich vorne zu lassen und ihm nur über die Mittelpositur diesen Zweitakt, diese Schwingung auch vermitteln kann, dann macht er das super. Ich muss die Oberlinie organisieren, dass er wirklich in eine flache Haltung, offenes Genick weitermachen kann und dann kann er das toll. Sehr schön. Aber das macht er jetzt super, hier schön loslassen, oder? Genau, er hat einen guten Schritt. Wir arbeiten ja schon die ganze Zeit daran, dass wir noch ein bisschen mehr in die Dehnung kommen. Da kann er noch ein bisschen mehr ans Gebiss rantreten, noch mehr ans Gebiss ranziehen. Dann wird das noch besser. Also er kann es noch besser, als wir das gestern hier gezeigt haben. Aber man hat ja Ziele im Leben. Und es macht ja Spaß, Dinge zu verbessern. Versammelten Schritt fand ich gut, schön gleichmäßig in der Anlehnung. Und der wartet ja auch schön auf dich. Ja, er hat zu. Ist aber da dann als die Bühne. Genau. Dieses Antreten in die Passage macht er auch gut. Er ist ja schön vor meiner treibenden Hilfe. Da reite ich jetzt so ganz klein ein bisschen nach vorne. Man sieht, ich versuche im Lot sitzen zu bleiben und den Schenkel nicht zu weit nach hinten zu kriegen. Dann macht er auch schön weiter. Natürlich weiß ich, dass die Piaffe noch mehr auf die Stelle muss. Ich wollte ihm da ein bisschen Hilfe geben, damit er das schafft, über die Oberlinie weiter zu schwingen. Das Angaloppieren haben wir mal gesehen. Natürlich leichtes Schulter vor. Aber das war zu viel. Da hat er zu viel, ist er selber so in die Linksstellung ein bisschen rübergekippt. Deswegen habe ich versucht, hier wieder das Pferd zwischen die Zügel zu bekommen und die Ohren auf gleiche Höhe in eine ein bisschen flachere Haltung. Damit er dann die Wechsel nach beiden Seiten auch durchtransportieren kann und wirklich in beide Zügel reingaloppieren kann. Also das hört man ja immer wieder raus, wie wahnsinnig wichtig dieses an beide Zügel ist. Ja, und das ist auch ein riesiges Thema bei den Wechseln. Das Pferd kann nur so einen guten Wechsel springen, wie es auch galoppieren kann und wie es auch über den Rücken transportiert. Hier haben wir die Galoppverstärkung, den Fehler und das war absolut mein Fehler. Ich halte einmal kurz an, muss ich sagen. Er hat zugegebenermaßen ein bisschen da unten in die Ecke geguckt, wurde dann vor mir zu groß. Ich hätte noch ein, zwei Galoppsprünge im Schulter vor rechts aufnehmen müssen, stabilisieren müssen vor meiner Mittelpositur, um den Weg dann in den Linkswechsel frei machen zu können. Ich habe einfach noch zu viel Druck in meinen Händen gehabt, um einen Wechsel auslösen zu können. Und dann bin ich auch noch mit dem Oberkörper nach links gegangen. Das ist falsch. Also ich muss im Linkswechsel auch auf beiden Gesäßgnochen sitzen bleiben und den Weg mit dem linken Hinterbein, um nach vorne zu springen, auch frei machen zu können. Wenn ich mit dem Oberkörper nach links gehe und das Pferd zu viel in Stellung kommt, verliere ich die Balance an der Außenseite oder Außenkörperlinie des Pferdes und dann kommt der Fehler. Wobei, also vom Betrachter her sehr nachvollziehbar. Du wolltest ihn in der Hilfe ja etwas mehr wahrscheinlich unterstützen, weil er so ein bisschen griffig war, oder? Ja, aber ich hätte ruhig bleiben müssen. Ich hätte im Rechtsgalopp einmal noch Schulter vor rechts, Durchlässigkeit fragen müssen, um dann die linke Schulter führen zu können und den Wechsel nach vorne frei machen zu können und die Ohren mittig zwischen beide Zügel zu kriegen. Das wäre richtig gewesen. Ich habe zu früh ausgelöst. Ich hätte einfach noch ein, zwei Galoppsprünge warten müssen, ihn vorbereiten müssen, den Körper vorbereiten müssen, um dann zu wechseln. Gut, aber man hat ja auch ein bisschen Stress. Irgendwann ist ja da auch dieses Gator. Ja, das ist richtig. Da habe ich mir auch Stress machen lassen. Ich hätte den Wechsel ein bisschen später. Lieber einen ein bisschen zu spät gerittenen Wechsel als einen fehlerhaften Wechsel. Aber gut, ich habe es ausgelöst. Es war dann ein bisschen zu früh. Aber du hast ihn ja sofort wieder. Das rechne ich ihm eigentlich total hoch an. Er ist immer sofort wieder da, oder? Ja, toller Charakter, dieses Pferd. Hier habe ich zickzack-traversale, eine Unsicherheit nach rechts. Da hat er mir einmal den Wechsel vorweggenommen. Aber auch das hätte ich, ich hätte abwarten müssen. Ich habe einmal zu früh das Bein, eine Sekündchen zu früh das Bein geöffnet, um den Weg für den Wechsel frei zu machen. Aber da ist es mir einfach, ja, da hatte ich einen Fünferrhythmus dazwischen. Da hätte ich ihm mehr Sicherheit geben müssen. Das war auch so ein bisschen mein Thema. Wir müssen auch in der Prüfung immer noch ein bisschen mehr zusammenfinden. Aber ich glaube, dass er da diesbezüglich wirklich Talent hat und auch eine gute Zickzack-Traversale gehen kann. Und die nach links, das waren ja super fließende, super schön durchgesprungene. Waren ja besonders schön in der Zickzack, oder? Absolut. Die rechte Seite ist, wir wissen ja beide, dass wir eine hohle und eine stramme Seite haben bei jedem Pferd. Er hat seine hohle Seite links, ihm fällt es also nach links alles etwas leichter ins Seitwärts. Nach rechts bleibt er gerne noch mal so ein bisschen fest im Körper und im Gemick. Deswegen muss ich immer wieder versuchen, ihm Geschmeidigkeit zu geben nach rechts. Und da in der Zickzack habe ich versucht, die rechte Seite zu öffnen und bin dann mit dem Bein zu früh, habe ich geöffnet, dass er dann quasi den Wechsel vorweggenommen hat. Aber wie gesagt, das war mein Fehler. Da hätte ich mal noch eine Sekunde länger Rahmen geben müssen, um dann für den Wechsel frei zu machen. Eigentlich ja von ihm super. Ah, okay. Und direkt reagiert. Also im Grunde ist er ja genau bei dir. Genau. Einer Wechsel. Bist du zufrieden mit? Super happy. Weil das war wirklich, die Wechsel an sich waren wirklich am Anfang ein Problem für uns, weil er zu viel nach oben gekommen ist und einfach die Oberlinie zu fest wurde. Und er sich dann verhaspelt hat, beziehungsweise es einfach nicht mehr geschafft hat, den Galoppsprung, den fliegenden Galoppwechsel zu transportieren. Jetzt mittlerweile wird er, galoppiert er meines Erachtens besser. Er kommt in den flacheren Hals besser in eine weiche Verbindung, kann damit seine Oberlinie benutzen und ist damit auch in der Lage, einen fließenden Galoppwechsel. Und dann nachher natürlich auch eine fließende Serie Zweierwechsel, Einerwechsel zu absolvieren, ohne mir in diese Festigkeit abzudriften in die rechte Seite. Also ich bin happy mit den Einern, weil auch die Linie habe ich ausnutzen können. Er ging nach vorne, er ist schön durchgesprungen, er bleibt jetzt mittlerweile gerade. Also damit bin ich happy. Sehr gut. Die Pioretten habe ich, die rechte Schulter brauche ich dafür, dass ich die rechte Schulter vor das linke Hinterbein um das Hinterbein herum galoppieren kann quasi in der Balance. Da haben wir zum ganzen Schluss so einen kleinen Seitwärtsdrall gehabt, also muss ich ihn noch mehr vor meinem inneren Schenkel führen. Und hier haben wir das nämlich auch, da ist er zum Schluss, wurde er mir rechts da ein bisschen fest und ist mir dann einfach über die rechte Seite, über den rechten Schenkel rüber galoppiert. Also ich hätte früher dafür sorgen müssen, dass er mir rechts am Schenkel noch etwas mehr zuhört und in Stellung und Biegung, sprich Durchlässigkeit bleibt, damit ich dann auch ins Gerade raus vor dem treibenden Schenkel aus der Piorette rauskomme und wir nicht die Linie verlassen quasi. Denn die Aktivität, die er hatte, die war gut. Ja, ich muss eigentlich nur in Anführungszeichen unterstützen und Durchlässigkeit erhalten, weil Lastaufnahme, Rhythmus ist super bei dem Pferd. Übergang zum Trab fand ich gut, finde ich auch schwierig. Das ist ein schwieriger Übergang. So schwierig. Man sieht, Entschuldigung, ich plaudere, das weiß ja auch jeder, dass ganz viele so ein bisschen dann außen stellen, um den Übergang so ein bisschen zu helfen. Aber das war ja hier 1a, oder? Trab Verstärkung finde ich auch gut, da öffnet er schön, wirklich zum Schwingen im schönen Gleichmaß. Dieser Übergang zur Passage, sehr fließend. Er ist da wirklich talentiert, hält schön die Schwingung im Rhythmus. Auch hier sieht man, dass ich die rechte Seite so ein bisschen beweglich halten muss, damit er mir da nicht zu fest wird in der Verbindung. Aber super gerade, super in der Spur. Genau, und da sind wir beim Thema gerade Richtung. Ich kann ein Pferd ja nur richtig versammeln, wenn die Hinterbeine unter dem Körper sind und das Pferd zwischen beiden Zügeln in eine weiche Anlehnung transportiert. Und das ist wirklich toll geworden bei ihm, macht er super. Und dann auch die Grußaufstellung, ganz kleines bisschen gegen meinen rechten Schenkel noch ganz zum Schluss gegangen. Aber auch hier werde ich immer sicherer mit ihm und habe wirklich Spaß mit dem Pferd, weil er sich auch konzentriert und weil er den Eindruck macht, er hat Spaß zu gehen, er kann die Dinge und bekommt unheimlich viel Selbstvertrauen jetzt die letzten Monate, weil er merkt, dass er gut ist, dass er das kann. Super, Doro, das war wirklich super. Sehr, sehr schön, wie du immer wieder sagst, ich muss ihm. Also es ist, dafür bist du bekannt, sehr selbstkritisch, immer mit dir anfangend. Aber das war wahnsinnig interessant. Ich sage mal ganz lieben Dank, aber insgesamt, ich fand es echt gut und du bist insgesamt auch happy, oder? Ja, finde ich sehr. Ich glaube, da ist noch sehr viel Luft nach oben und ich habe einfach Spaß mit ihm. Und ich glaube, das war hier in Mannheim eine tolle Prüfung, natürlich mit Punkten, die man verbessern kann, aber auch mit tollen Highlights. Und ich bin happy damit. Super, ganz lieben Dank. Gerne.